Guten Morgen, Spezialagent Martin. Die Spezialeinheit von Rebner Hilsch-Matzkowski benötigt dringend ihre Hilfe bei der Aufklärung einiger Vorfälle, die sich in der letzten Zeit ereignet haben. Wie Sie auf den Bildern der Überwachungskameras sehen können handelt es sich um einen neuen Superschurken, in schwarz mit lila farbenen Haaren, der an verschiedenen Orten sein Unwesen trägt. Der Superschurke trägt den Namen Missimla. Rebner Hilsch-Matzkowski erwartet Sie und sein Team in 5 Tagen um 15 Uhr im Hauptquartier, Gebäude 2, Raum 23. Ihr Einsatz wird bis ca. 18.30 Uhr gehen. Ihre Ausstattung finden Sie im bekannten Geheimlager im Container von Rebner Hilsch-Matzkowski. Sollten Sie, oder ein Mitglied Ihrer Spezialeinheit gefangen genommen oder verletzt werden, werden die Erziehungsberechtigten jegliche Kenntnis dieser Operation abstreiten. Viel Glück Martin! Cobra, übernehmen Sie! Cobra, übernehmen Sie! Cobra, übernehmen Sie!